Willkommen zurück bei Obermacht Aktien investieren. Ich komme gerade vom Boxen. Jeden Donnerstag über Mittag treffe ich mich mit meinen Freunden und wir machen eine Boxkampfrunde. Und heute bin ich echt verletzt worden. Sie sehen es hier, es ist etwas rot. Es ist sogar schon schlimmer gewesen. Einmal im Kickboxen habe ich eine Rippe gebrochen und ich habe gelitten für mindestens zwei Monate. Ich konnte sogar nicht mal mehr in meinem Bett schlafen, weil es hat so wehgetan, dass ich auf den Boden legen musste, wo der Schmerz einigermassen erträglich war. Heisst das, dass ich keinen Sport mehr treiben soll? Nein, auf keinen Fall. Wir alle wissen, wir werden uns beim Sport verletzen. Wir sollten vorsichtig sein beim Sport, aber wir sollten nicht darauf verzichten. Es gibt sogar Nike, ein Unternehmen der Sportbranche, die berühmt geworden sind mit dem Slogan Just Do It. Und bis heute hat sich niemand ernsthaft dagegen ausgesprochen. Denn Just Do It ist wirklich, was Sie tun sollten, wenn Sie den Sport haben, den Sie gern tun. Einfach loslegen, das ist es. Und das hat viel zu tun mit Aktien investieren. Wenn Sie heute 100 investieren wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten, unter anderem. Sie können es eben nicht investieren, Sie können es unter das Kopfkissen legen oder auf die Bank tun. Und nach 30 Jahren werden diese 100 garantiert noch dort sein, abgesehen von Dingen, auf die wir jetzt nicht gerade hoffen. Es werden sicher 100 sein. Was passiert aber, wenn Sie diese 100 in Aktien investieren? Wir wissen aus der Erfahrung, dass die Rendite an den Aktienmärkten zwischen 5, manchmal 8, sogar 10% beträgt, wenn man sehr langfristig schaut. Je nachdem, wo und in welcher Phase man investiert. Gehen wir mal davon aus, dass die Aktien mit 5% rendieren. Dann werden aus 100 investiert heute über 30 Jahre angelegt stolze 1.000. Sie haben 10 mal mehr, als was Sie eingezahlt haben. Das haben Sie aber nur, wenn Sie damit leben können, dass die Aktien rauf und runter gehen. In diesen 30 Jahren, und das wissen wir auch, mit absoluter Sicherheit, werden Sie mindestens 10 Jahre haben, in denen Sie verloren haben. Sie werden aber auch 10 oder sogar vielleicht mehr Jahre haben, in dem Sie gewonnen haben. Und am Ende ist tatsächlich deutlich mehr vorhanden, als wenn Sie dieses Risiko nicht eingehen würden. Sie werden Verluste haben beim Investieren, das weiss man mit Sicherheit. Sie können nicht wissen, ob es heute der beste Zeitpunkt ist, jetzt damit anzufangen. Aber wir wissen eins sicher, wenn Sie nicht anfangen, wird auch nichts aus Ihrem Vermögen passieren. Und das wäre ein Problem, denn wir leben ja nur einmal und wir wollen das Leben geniessen. Und die Risiken, die dabei entstehen, sollten uns nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, beim Anfangen selbst zu investieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.